Keine Ei-Metaphern Achso, wir sind jetzt die Bösen Ja, nee, ist klar Ich mach schon, dass sie wechseln Stur wie immer Das liegt in der Familie Äh, wir sollten sie nicht hören Die Kurzfassung, Zeitschleife Ich bin am Leben, Wissenschaft Ich glaube, ich verstehe schon Okay Heißt das Wolfi böse gewesen? Gut Ich hatte auch schon die Sorge Wir machen irgendwas falsch Ich würde mich da oben gerne selber sehen Das wäre lustig Wir können nicht riskieren, ihnen zu helfen Ich weiß, was geschieht, wenn ich's nicht tue Es wird so oder so geschehen, Jack Was ich vorhin gesagt habe, meinte ich auch so Es gibt keine Ausnahmen Wenn du irrtümlicherweise glaubst, dass du das ändern kannst, was nicht geändert werden kann Bedeutet das womöglich unser Ende Bitte, Jack, unsere Zukunft hängt davon ab Entschuldigung Dass ich jemandem helfen wollte Ich weiß nicht, dass Monarch die Gegenmaßnahme die ganze Zeit hatte Wie kann das sein? Und warum? Weiß ich doch nicht Thorne hat mit ihr irgendein Überlebensprogramm mit Energie versorgt Sie müssen sie irgendwie zu einem lokal begrenzt wirksamen Kronon-Feldregulator umfunktioniert haben Was? Alter Deutsch Ach Dr. Admiral und Dr. Kim standen beide bei Monarch auf der Gehaltsliste Oh, ey, ey, das war wir Ich erinnere mich Doch, ja Aber ich hab die Kuhla umgebracht Wir müssen hier verschwinden, Jack Man darf uns hier nicht sehen Ja Wieso hat dieses Spiel eigentlich so ultra viele Übersetzungsfehler? Und wieso hab ich keine Lust aufzunehmen? Ach ja Weil ich's gerne mache Ich war immer der Annahme, dass Beth Wilder die Gegenmaßnahme in Sicherheit gebracht hatte In Sicht trägt Sie war es, die mir warnte, die mir sagte, ich solle sie bauen Ich weiß Du hast sie getroffen Hilft sie uns? Ähm Sie hat Ah Ich verstehe Eigentlich hat sie uns hier Komm schon Ihr ist es nicht sicher Ach Ist das so Soweit ich weiß Ey, Moment mal Achso, ja Will, hey Ach nö Leute Grabsch ihn an Lass mich raten Ist nur so ne Idee Aber Beth lebt noch Serene Oder ist das Burke? Komm schon, küss sie Sie wird's ja nicht mal merken Jack Keine versauten Dinge Obwohl mach Ist ja deine Entscheidung Okay, ich nehm's zurück Hey, da ist Jack mit Burke und Jack mit Beth und Will mit Nix Hör auf zu stöhnen Kein Scherz jetzt Was ist so hübsch? Woh, ey, ey Haa Ja, ja Ich schneid's mal nicht raus Ich hoffe mal Der Ladebildschirm dauert jetzt keine 6 Stunden Zudem spart mir das Schneidarbeit Was denkt ihr, was jetzt passiert? Doppes Ding, oder? Letzte Augenblicke Nö Ob das jetzt irgendwie in einer Form gute Aussichten bringt? Ich bin mir ja nicht sicher Es geht schon verwirrend, oder? Plot Twist after Plot Twist Hättet ihr Beth rausgeholt? Wenn ihr in der Situation gewesen wärt? Wenn ihr die Rollen getauscht hättet mit Jacqueline Joyce? Leute Ladebildschirm Nicht da sein, bitte Hey, was ist denn das im Hintergrund? Jetzt ist es weg Gab's hier noch mehr Tasten zum Ausweichen? Ich lese mir gerade die Tipps da unten durch Haben wir nur Wuschen? A little bit of Wuschi Komm schon Ich sagte, ich schneid das nicht raus Jetzt musst du mir auch einen Gefallen tun Und das nicht 20 Minuten machen Okay Hey, stopp Erinnert ihr euch an das Taxi? Scheiße, Mann Hör mal Ich weiß, ich habe dich im Dunkeln gelassen Aber als ich mit meiner Arbeit angefangen habe Warst du noch so jung Und danach Ich habe immer gehofft, dich da nicht mit reinziehen zu müssen Deine Mutter ist doof Ja Oh Ich verstehe Der Brüder Ist dein Vater eben doof? Komm schon Lass uns einfach in die Zukunft gehen Und dieses Chaos in Ordnung bringen Genau Zurück in die Zukunft, Doc Nobody calls me chicken Warte kurz Oh, ist das jetzt heimlich geknackt oder was? Alter Einbrecher Sorry, ich habe dir hier schon alles ausgeräubert Einmal Siehst du Abgeschlossen Du hast die Maschine hier versteckt Aber Du hast sie niemals wirklich selbst benutzt Nein, ich habe mich nicht getraut Nicht, dass dieser Mann rauskam Es war Paul Er versucht mich mal zu bringen Ja Das wissen wir Er hat das auch mit uns versucht Also Macht dir nichts draus Das scheint ihm zu liegen Ey Verdammt Kack, Tür ist zu Können wir sprinten? Ah, nö Ich wollte nur das Dingsy hier anmachen Damit wir das haben Hallo, Bobby Hallo Ich wollte jetzt eigentlich runter Ich wollte mal gucken, was hier Jacquelines Bruder macht Du bist da drinnen, ne? In dem Umkleideraum Dings Verdammt Festgerostet Kannst du kurz mit anpacken, Jack? Oh, ist ja okay, Pussy Bang Noch einmal Komm schon, und Waren wir das damals? Hm Als Monarch sich die Zeitmaschine in der Universität holen wollte War Paul da drin gefangen Er floh in die Zukunft Was immer dort passiert ist Hat ihn verändert Hm Irgendwie hat er dort meine Maschine gefunden Und sie benutzt, um in das Jahr 1999 zu reisen Und gründete Monarch Das war jetzt hier, wieso ich immer vorgehen muss Er flüchtete vom Monarch Und wurde das, vor dem er geflohen war Das ist doch Wahnsinn Augenscheinlicher Ich hätte die Maschine niemals bauen sollen Ich hätte die Finger davon lassen sollen Richtig In Ordnung Das ist hier aber auch keiner mehr Wieso ist das Licht da an? Genauso wie ich sie zurückließe Ich hoffe, sie funktioniert noch Nein Ja Okay Wir gehen in die Zukunft Ein bisschen weiter als die Zeit deiner Abreise Aber bevor der Riss die Zeit zum Stillstand bringt Ich weiß nicht, das Das bereitet mir etwas Sorgen Das wird gefährlich Wieso geht das jetzt auch, aber? Natürlich wird das gefährlich Aber was bleibt uns übrig? Der Korridor war doch ursprünglich oben Ich wollte das schon immer ausprobieren Ey, das ist nicht originalgetreu Als wir hier angekommen sind Ist der Korridor weg gewesen Achso Verstehe Wow So sieht es also aus Ja Gebautes Metall Im Kreis aufgestellt Echt jetzt? Lass mich Wir werden kurz nach dem Zeitpunkt ankommen An dem du abgereist bist Um mich zu retten Das ist unser Zeitfenster In dem wir wissen, dass es funktionieren kann Aber bevor die Zeit endet Okay Ich habe schlechte Nachrichten Das ist kein großes Fenster Monarch dachte, das Ende stünde kurz bevor Unsere Zeit ist um Als ob die die Experten wären Ähm Zeit ist um Du magst das Video noch zu Ende? Dann stoppe ich gleich mal Deswegen verabschiede ich mich jetzt schon mal Vielen Dank fürs Zuschauen Ich hoffe, ihr hattet Spaß Ja, okay Es war nicht sehr spannend Unglaublich Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder Und Hey Moment, das war meine nächste Folge Wir sehen uns zur nächsten Folge wieder Und das wird ein schöner Cliffhanger Was passiert? Schaffen wir es Und Macht den Tag zum Schönsten eures Lebens Liebt diejenigen, die ihr habt Und motiviert, was ihr könnt Bis dahin Euer Woll Ready Aim Fire years Baby �� Flame Special Was passiert Ja Um Tschüss Wenn das war Oder Et bare Water zać mutuellement Untertitelung des ZDF, 2020